Ja, und ich darf alles tanken, wie immer. So diese Anfangs-Damerei. Wie doof ist der denn? Er steht einfach nur oben. Oh, ah klar. Achso. Ey, hier oben hier. Der Pirat, ey. Lass mal den Pirat nochmal. Ja. Nee, der ist... Ah fuck. Der Dauer muss weg, Dennis. Ja. Kann es sein, dass er wirklich gerade geeignet für den Jungen ist? Noll, es geht. Ich kann auch mit Level 1 schon Junk mit, ey. Ey, super was sein. Da sind wir schon noch zu viel. Oh, die auch noch. Lauf, Poppy, lauf, 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 lauf. Hab ich. Was, warum bin ich denn tot? Ach du Scheiße. Mensch, schön. Ey, die Aufnahme hole ich mir auf jeden... Ach, guck ich mir auf jeden Fall an, ey. Ja, wie besser, ja. Ich wollte gerade ein bisschen schuppen. Wie sucht die Eile, Herrera. Stärke der Dreieinigkeit. Davon drei Stücke machen das so umschlagbar. Stuck nicht. Stuck nicht. Bring nur eine aus. Ja, was ich versuch, ich versuch mich aufzuhalten. Alter, das meiste Geld, was wir kriegen, habt ihr durch Tower gemacht, ey. Jo, auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt kriegen sie mich. Glaubst du? Beilauf. 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 Steht auch da. Hier. Stun mal. Stun mal. Stun. Komm, Stun. Aber du Fehler, Alter. Aber du Fehler, Alter. Das sind nur ein, ne? Das ist kein Engelsbruch. Oh ja, das ist besser als keiner. Oh ja, das ist doch, Alter. Das macht ihr nur mit Absicht, Alter. Der sagt Stun, ist dann duft tot. Ähm, ich hätt mal noch mal Tower. Der Tower war auch der Hero, mit dem ich zum ersten Mal gespielt hab. Lava. Weißt das noch? Ja? Ähm, oh. Krass. Ähm, Tower unten ist Down. Jo. Ich hab die Base fast kaputt gehauen, also. So, wenn auch da. Noch ein Tower. Boah, hier hat einer halb gejungelt. Einer von zwei Goldams ist Down. Hahaha. Ich geh mal kurz den Drachen töten. Ja, stopp. Ja, seht ihr ja gleich, wenn da gedenmütigt bei euch ankommt ja dann, hab ich's nicht geschafft. Oh, ich hab Angst. Helf mir. Ich hab fast keine Energie mehr. Oh, dann geh mal lieber back, oder? Ja. Ja. Wegen Evelyn. Weil die ist grad unsichtbar gegangen. Genau. Ich hab außerdem wieder hier Aure dabei. Ich glaub, das wird ein Fail bei mir. Oh, er wird den bei mir. Oh, ich komme. Scheiße. Das war sowas von klar, dass er dich holt. Mhm. Boah, ich hau mal den nächsten E-Di wird hoch. Au, 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 au. Da hat ein Aure. Boah. Oh, Dennis, meine Wege. So. Er macht bei denen so viele Kills. Äh, Gangplank hat 9. Evelyn 9. Ja, aber wenn ihr so oft sterbt, für die auch viele Kills. Verständlich. Ich bin viermal gestorben. Ich bin nach Malphita am wenigsten gestorben, ja. Viermal gestorben, ja. Sechzehn Kills. Oh, ich hab gerade gestorben. Oh, das hat kein Spaß, Alter. Mich spaut zufrieden. Jetzt stirbst du nochmal, Dennis. Ja. Sieht so aus. Jetzt muss er, ich helfe dir. Bis auf, Evelyn läuft hinterher. Guck mal, die reagieren gar nicht mehr auf mich. Ist ja für die Arschle. Ist noch einer bei mir? Weiß nicht. Wie sie alle drei auf dich gehen, ne? Und dich nicht da aufregen. Scheiße. Ich wusste es. Ich wusste, dass Evelyn noch da ist. Oh mein Gott, ey. Scheiße. Gangplanken. Oh nö. Evelyn kommt. Ja, ich koffe in meinen Orakel. Der bildnerische Indivitor wurde wieder aufgebaut. Welcher Indivitor ist er aufgebaut? Poppy, Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Also ich mach mal nur zu Info den Indivitor hier unten in der Linie kaputt, ne? Komm, den hast du, den hast du. So komm. Den haben wir. So komm. So komm. So komm. Blut rauf. Ja, da ist. Willst du mal anderen Buff? Hier. 38, 32. Hammer. Wer viele denn da sind? Der hat sich ein Orakel gekauft, der hat mich gesehen. Also ich bin am wenigsten gestorben. Oh, aufgeben. Oh, das war's. Doeig. far, das war's. Groießen kind står,